In diesem Video erfahren Sie, wie Sie den Betreuungsvertrag richtig ausfüllen. Bitte kontrollieren Sie Ihre Daten und die Daten Ihres Kindes im Vertrag. Wenn Sie Fehler entdecken, korrigieren Sie diese. Vor allem aktuelle Telefonnummern sind sehr wichtig. Die Informationen zu den Kosten für einen Betreuungsplatz entnehmen Sie bitte dem anderen Video. Wenn eine andere Person Ihr Kind bringen und abholen darf, tragen Sie bitte Namen und Telefonnummer der Person ein. Wenn Ihr Kind krank ist oder aus einem anderen Grund nicht in die Kita kommen kann, dann müssen Sie bis spätestens 8.30 Uhr in der Kita anrufen. Wenn das Kind nicht entschuldigt wird und trotzdem fehlt, versuchen wir, sie telefonisch zu erreichen. Wenn das nicht gelingt und wir keine Meldung von Ihnen erhalten, schreiben wir Ihnen einen Brief. Wenn dann immer noch keine Rückmeldung kommt, müssen wir innerhalb von sieben Tagen das Amt für Jugend und Familie informieren. Schließzeiten sind Tage, an denen die Kita geschlossen ist. Das sind zwischen 28 und 30 Tage im Jahr. Sie erhalten eine Liste der Schließzeiten für das ganze Jahr immer im Herbst. Wir unternehmen mit den Kindern viele Ausflüge, zum Beispiel in Museen oder in den Zoo. Mit der Unterschrift im Vertrag erklären Sie Sie sich bereit, dass Ihr Kind daran teilnehmen darf. Über Ausflüge informieren wir Sie rechtzeitig. Ihr Kind ist auf dem direkten Weg zur Kita und nach Hause versichert. Sollte auf diesem Weg ein Unfall passieren, der einen Arztbesuch erfordert, informieren Sie bitte sofort die Kita. Wenn Ihr Kind an schwerwiegenden oder länger andauernden Krankheiten leidet, informieren Sie uns. Nur dann können wir richtig reagieren. Wichtig ist dies zum Beispiel bei Diabetes, starken Allergien, Herzerkrankungen oder Ähnlichem. Auch wenn Ihr Kind bereits eine Förderung wie Logopädie oder Physiotherapie bekommt, schreiben Sie dies bitte in den Vertrag. Wenn Ihr Kind in der Kita krank wird und wir dann eine andere Person anrufen dürfen, geben Sie bitte Name und Telefonnummer dieser Person an. Wenn die Kita im Notfall einen Arzt rufen muss, werden wir zuerst den Arzt und dann Sie informieren. Der Name und die Adresse Ihres Kinderarztes sind sehr wichtig. Für die Zusammenarbeit mit Ihnen ist es wichtig für uns zu erfahren, in welcher sprachlichen Situation Ihr Kind aufwächst. Eine Beratung zur mehrsprachigen Erziehung erhalten Sie in einem anderen Video. Sorgeberechtigt sind in der Regel Sie als Mutter und oder Vater. Sollte das Sorgerecht bei einer anderen Person liegen, tragen Sie bitte deren Namen ein. Wenn Sie alleinerziehend sind, tragen Sie bitte die aktuelle Regelung des Besuchs- oder Umgangsrechts ein. Die Kita muss wissen, ob Ihr Kind von dem anderen Elternteil abgeholt werden darf. Der Elternbeirat ist eine wichtige Einrichtung der Kita. Er unterstützt die Kita und vertritt alle Eltern und ist ein wichtiges demokratisches Gremium. Wir freuen uns, wenn Sie sich im Herbst zur Wahl aufstellen lassen und sich aktiv an der Wahl beteiligen. Die Eingewöhnung Ihres Kindes erfolgt individuell. Jedes Kind kommt in einem anderen Alter, in einer anderen Entwicklungsphase und mit unterschiedlichen Erfahrungen in die Kita. Kinder. Manche Kinder haben eine Krippe besucht und sind es gewohnt, sich jeden Morgen von den Eltern zu verabschieden. Manche Kinder waren noch nie von den Eltern getrennt. Die Eingewöhnung wird von unseren erfahrenen Fachkräften in der Gruppe sehr gut begleitet. Unser Personal spricht mit Ihnen darüber ab dem ersten Tag. Fragen Sie gerne nach. Bitte nehmen Sie sich die ersten ein bis zwei Wochen viel Zeit für Ihr Kind und holen es früher ab als gebucht. Eine langsame Eingewöhnung hilft Ihrem Kind, sich schnell einzuleben und wohl zu fühlen. So kann es sich gesund entwickeln und gut lernen. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie nach dem Ende der Eingewöhnung für ein bis zwei Stunden in der Gruppe Ihres Kindes verbringen. So sehen Sie Ihr Kind in einer neuen Umgebung. Vereinbaren Sie dafür einen Termin mit den Fachkräften in Ihrer Gruppe. Die Kita macht Projekt- und Bildungsarbeit. Dazu ist es hilfreich zu wissen, welchen Beruf oder welches Hobby die Eltern haben. Möglicherweise sprechen wir Sie dann an und bitten Sie um Mithilfe bei einem Projekt. Sie sind zum Beispiel Taxifahrer oder Taxifahrerin? Wir laden Sie im Rahmen eines Projektes ein, mit Ihrem Taxi in die Kita zu kommen und den Kindern von Ihrer Arbeit zu erzählen. Oder vielleicht lesen Sie gerne. Wir laden Sie ein, den Kindern eine Geschichte zu erzählen oder vorzulesen. Sehr gerne auch in Ihrer Muttersprache. Sie kochen gerne? Wir freuen uns, wenn Sie mit den Kindern zusammen ein Essen kochen, vielleicht sogar aus einem anderen Land. Wenn Ihr Kind bereits in einer anderen Einrichtung war, ist es manchmal hilfreich, wenn die Kita sich bei den dortigen Kollegen und Kolleginnen bei Schwierigkeiten erkundigen kann. Ihr Kind hat zum Beispiel Probleme bei der Eingewöhnung? Wir können die Kollegen aus der Krippe zum Beispiel in die Kita einladen, damit Ihr Kind die Schwierigkeiten besser überwinden kann. Damit Eltern sich gut vernetzen und sich gegenseitig unterstützen können, ist es wichtig zu wissen, ob wir Ihre Telefonnummer an andere Eltern weitergeben dürfen. Bitte kreuzen Sie hier an. In der Kita werden manchmal Fotos oder Filmaufnahmen von den Kindern gemacht. Diese Bilder werden zum Beispiel für das Portfolio, für Flyer oder für eine Kita-Zeitung verwendet. Vielleicht werden sie auch an einem Elternabend gezeigt. Bitte kreuzen Sie an, ob wir die Fotos Ihres Kindes verwenden dürfen und geben Sie auch an, für welche Zwecke. Bei Festen und Feiern dürfen Sie selbstverständlich ebenfalls Fotos von Ihrem Kind machen. Bitte beachten Sie, sobald andere Kinder auf dem Foto sind, darf es nicht im Internet auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder WhatsApp verbreitet werden. Überlegen Sie bei allen Fotos Ihres Kindes genau, ob Sie diese wirklich im Internet veröffentlichen möchten. Gehen Sie verantwortungsvoll mit den Persönlichkeitsrechten Ihres Kindes um. Bitte denken Sie daran, jede Veränderung der Kita mitzuteilen. Das können zum Beispiel eine neue Telefonnummer, eine Bankverbindung, die Adresse und so weiter sein. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen zum Vertrag haben oder wenn Sie weitere Informationen benötigen.